Ja, grüß euch und herzlich willkommen wieder. Ich will euch heute ein Spezialgerät vorstellen, und zwar den ISEKI SF551 in Verbindung mit den Mütting MU-Collect 160 Vario. Wir haben da ein Spezialgerät gedacht für Kommunen und Dienstleister, die einfach großflächig machen wollen und dazu sehr hohe und dichte Bestände machen wollen. Wir haben da vorne eben den Mulcher drauf, wo ich umschalten kann zwischen Absaugung oder den Mulchvorgang. Das kann man ganz einfach anrüsten. Drinnen haben wir zudem eine Vario-Schäne, die ich zu bestellen kann, wo ich sage, ich will das Material kleiner gekäxelt haben oder eher weniger grober. Zum Gerät selber, wir haben da eine 48 PS Vierzylinder-Maschine drinnen mit Abgasstufe 5. Das Gerät ist hydrostatisch angetrieben. Wir haben zudem die betraulische MEDEC-Anhebung sowie auch die Korb-Entleerung bis auf 1,80 Meter. Der Korb hat ein Fassungsvolumen von 1300 Liter, also da passt schon wirklich gut was rein. Ja, ich muss sagen, ich bin schon gefahren damit, mir taugt es voll. Schaut es euch an! Schaut es euch an! Schaut es euch an!